Thiago Alcantara, Bayerns Neuzugang auf Sightseeing-Tour durch München. Der 22-Jährige, Pep Guardiolas Wunschspieler. Nach seiner Ankunft am Montag ging es nicht zum Medizincheck, sondern mit Freundin Julia, Berater Pere Guardiola und dem engsten Vertrauten von Trainer Pep Guardiola, Manel Estiate, durch die Münchner Innenstadt. Die Maximilianstraße und der Viktualienmarkt, zwei Hotspots in der bayerischen Landeshauptstadt. Doch bei der kleinen Tour durch München durfte auch der Gang über den Marienplatz nicht fehlen. Schließlich will er hier auf dem Rathausbalkon mit dem FC Bayern Titel feiern. Vorbei am Rathaus ging es noch durch die Fußgängerzone. Hier wurde der neue Star von ersten Bayern-Fans erkannt. Vor allem die kleinen Anhänger freuten sich über die Begegnung mit Thiago. Hallo und willkommen, Thiago Alcantara. ge animantly untertitelt. Danke. Danke. Vielen Dank.